auf den gast noch geben und heute springer wieder wie ihr hier sehen könnt eine runde kochen und sollte ja wir kochen hat ja wie man hier sehen kann ja und wir legen auch direkt los würde ich sagen ja das ist ich habe auch irgendwie ein disco problem also ich kann das gott nicht öffnen komischerweise weiß auch nicht warum so machen wir das hier so können die sich da hinsetzen so da müssen wir wieder kochen sind zufrieden mache ich jetzt mal eben alleine trinken kommt sofort so jetzt habe ich ein bisschen stress ja aber ich bin in der meister fällner hier bad wenig kochen ich will jetzt hier einsammeln okay geht nicht schießbeber wer hat denn hier ein schießbeber also okay 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 so jetzt das hier das hier kurz schneiden so hier setzt euch mal da hin hallo du sollst dich da hinsetzen ach egal so dann brauchen die wieder was trinken warum habe ich denn jetzt schon wieder hier eh ich habe doch gar nicht da drauf gedrückt der nächste mensch So. Setzen sie sich da hin. So. Oh, ich habe gerade so Bock auf Kuri-Wurst. Wer will denn das jetzt? Oh, Mensch. So, holen wir hier mal kurz dringen. So. Ah, okay. Pizza. So. gibt es irgend jemand der essen die warten noch auf trinken so jetzt soll ich mal dahin ist noch irgendjemand der trinken gestellt hat ja hier einsammeln 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 so essen so macht mal sitz okay die türen mit der let's go an die arbeit dann kann ich nämlich mal kurz die belohnung einsammeln gucken was ich hier bekomme rang grade der freischalt amerikanisches essen das hier continue continue so kann ich ja auch mal kurz mit essen kommen so 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 ey jetzt ist es nämlich nicht mehr so schwer hier ja das essen geht jetzt relativ schnell weg so bewege die maus nach links und nach rechts ok zack hotdog haben wir wieder was neues hier so 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 ich helfe mal hier wieder mit zu kochen oh so so oh 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 denn es ist aber ein jahr liegt daran dass ich gerade aus Versehen gehen musste der weltbeste koch der ist hier so offenbar schocken wahr dringen und ich wieder mal trinken können wir eigentlich irgendwas schon mal holen hier nee Belohnung einsammeln ja na klar Rang exzellent diesmal ach kochte irgendwas amerikanisches Essen ja der Kinder Menü weil ich hab ja schon normales ach so man kann alles ja ok so so ok Leute ich würde sagen das war es mit dem Video wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da schaut außerdem auf meinen Discord vorbeides unten in der Videobeschreibung verlinkt schaut auch bei meinem Discord Bot vorbei ist auch in der Videobeschreibung verlinkt ist ein kleiner aber feiner 24-7 Radio Bot und jetzt habt einen traumhaften Tag haut rein Leute euer Sandow ciao ciao